Grüß eng, ich bin Petra Raut von Oberland dabei und begrüsse euch zum Newsflash. Live Talk vom Mittwoch. Jeden Tag werden in Österreich im Schnitt 35 Einbrüche verübt. In den Wintermonaten und in der Urlaubszeit sind Einbrecher besonders aktiv. Am Mittwoch waren Manfred Schlierenzauer von der Firma Citex, Smart Security, sowie Roland Schweighofer, ehemaliger Beamter des Landeskriminalamtes Tirol bei uns im Studio. Zwei, die wissen, wie die Täter dicken und vor allem, wie man sich und sein Zuhause besser schützen kann. Das ganze Gespräch findet ihr auf www.oberland-dabei.at. Bike Challenge gestartet. Die Laura Sticker Bike Challenge der Genova wurde am Dienstag gestartet. Für die rund 6 Kilometer lange Strecke auf die auf 1711 Meter hohe gelegene Lanzer Alm benötigt die heimiger Weltmeisterin bei einer durchschnittlichen Steigung von 12,75 Prozent 38 Minuten und 31 Sekunden. Ab sofort haben nun ambitionierte Hoppy-Radler und Radlerinnen die Gelegenheit, sich an Laura Stickers Zeit zu messen. Alle nötigen Informationen findet ihr unter www.bikechallenge.tirol. Wir von Oberland-dabei wünschen euch noch einen schönen Abend und verabschieden uns mit der Wettervorschau fürs Wochenende. Wir von Oberland-dabei wünschen euch noch einen schönen Abend. Wir von Oberland-dabei wünschen euch noch einen schönen Abend.